Musik Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Tech City Und ja, ich habe gerade eben wieder vergessen, die Datei umzubenennen, deswegen wurde es wieder überschrieben Aber naja, okay In der letzten Folge auf jeden Fall, also die Folge, in der Folge, die ich überschrieben habe In der ursprünglichen Folge halt, da habe ich halt den Spiegel zu Stadt 1 wieder hergestellt Und da war ein Portal bei denen, also so ein Riff-Portal Zu der Mauer of Loot Und da bin ich halt reingegangen, habe mir den Spiegel genommen Und ja, da habe ich halt, da war ich, also da habe ich halt so ein paar Festungen gemacht Und so Walker-Festungen Eine, ne, ja schon Halt die Walker gekillt Und Ich habe jetzt den vierten Herzkanister Und ja, jetzt repare ich gerade die Rüstung und so Und ja, was ich hier mit der Scare-Rustung gemacht habe Hier, so Das ist ein richtig cooler Trick Trick Ein richtig cooler Trick Weil da kriegt man so richtig viel XP einfach Und so, Retality, BAMS So Ja, man 37 Level brauche ich da Und äh Warte, ich muss mal Alter Was macht meine Katze da? Warte Hänge mal kurz Weg So, da bin ich wieder Das ist echt cool Da kriegt man so richtig viel Level Weil man macht das einfach einzeln runter Man bekommt immer 18 Level dazu Das ist echt cool Ich lasse es jetzt erstmal hier Was ich noch machen könnte, ich könnte eigentlich hier das ganze unnütze Zeug So Hier Das Das Könnte ich mal runter machen Dann kriege ich schon ein bisschen was an Level dazu Höh Alter, ist das viel Höh Alter, ist das viel Höh Alter, ist das viel Da, mal mache ich eben hier noch Vitality, jetzt hab ich nur richtig gut Höh Wurste Und so Und so Und das mal Nein Hier kriege ich nur 32 Level wieder Voll gut So Dann den Bogen. Bäm. 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 Ist der auch besser? Plyte. Okay, Plyte, da brauche ich... Das will ich jetzt mal ein bisschen... Weil sonst ist es ja langweilig. Da will ich ein paar danken. Obwohl, ja komm! Mach ich einfach das Unnütze? Dreckszeug runter. Cold Touch. Ach, freu mich, freu mich. So, ähm. Und... Schon hab ich nen OP bogen. Wenn das mal nicht geil ist. Boah. Krass. Dann repair ich hinschnell. So, Fire Aspect. Unbracking. Soil Stealer. Fokus. Oh. Soil Stealer. Soil Stealer. Fokus. Ah, hab ich 6 länger. Okay, jetzt hab ich auch ein gutes Sperr. Ach. Alles Zocker. Oh, danke für die schöne was du. Achja. So, mal schauen ob... Äh... Ne. Okay. Das Haus ist immer noch... Kaputt. Aber... Naja, jetzt bin ich OP. Jetzt bin ich OP. So, dann... Geh ich ihm mal schnell schlafen. So, und dann... Den Spiegel darf ich jetzt nicht... Nicht mehr kaputt machen. Zuerst sollte der gewesen sein, ne? So. So, tschu tschu tschu. Also hier so, tschu tschu tschu. So. Jetzt ist das hier so. Wenn das doch dann wieder ganz ist... Dann... Ne? Dann teleportiere ich mich immer ins Haus direkt. Weil ich ja da... Den Point gesetzt hab. Jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt fragt er euch... Wie komm ich denn jetzt in Stadt 1 war... Also da... Äh... Porte ich mich hier hin. Geh hier durch. Bin ich bei Stadt 1. So. Oder Team 1. Sehr schön. Ich bin OP. Ähm... Niemand kann mir was anhaben mehr. Und... So. Hier wurde... Oh. Leck. Oh. Mach ich mal aus. Hier wurde der ganz schön vier schon gelootet. Und... Ja. Schön. Es ist die War of Mood. Es ist die War of Mood. Mh. 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 evidentrams lead. A, das ist doch schön. Hier mają sie wahrscheinlich auch schon. Ja. Hier alles... rausgen.. ugenommen. Oh. Boah. Hä? Hä? Was ist das eine Tasche... Wat es ist.. Sind das Voilà... Sind das 4 Leute? Ah... Alter... Hilfe. Aber hab eh kein Herz verloren. So. Alter. Was sind das für die Leute? Hilfe. Malenium, Gold, nehm ich auch mit Copper. Adai. Sehr schön. Das ist alles für die Smaltyry gut. Und mit dem Malenium. Oh, Orca. Hallo. Hallo? Hä? Was sind das? Sind das für Menschen? Man, das ist ja scheiße, wenn die sich die ganze Zeit wegbohren. Das ist ja richtig scheiße. Und das gute Anwichtigkeit ist, dass ich statt Leben erstmal Hunger verliere. Ja? Hunger. Boah, jetzt hab ich das höchstens. Boah, wie krass ist das? Den mach ich mir mal zur Not dahin. Boah, da ist ein Piratenschiff. Hier gibt's einfach alles. Alles gibt's hier. Haben sie den schon gemacht? Oh ja, das haben sie. Das haben sie. Bitte. Oh man. Oh man. Wir haben wirklich alles gemacht. Schau dir das an. Ach man. Hier Lives Matter. Dooh. Deine Hüge. hier hier war niemand alter sind überall diese Leute hier krass hier wollen man ist so scheiße wenn ihr die ganze Zeit diese Gegner da sind das ist doch kacke sie können hier nicht einfach die normalen Gegner spawnen nur diese Leute alter ich brauche einen Verzauungstisch super aber ist alles wie ein alter Baas spürt die Macht meines Legios aus dann fehlt mir noch komplett dann bin ich gut ähm ... 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 täglich und und das ist scheiße wenn wir diese dann mich nicht schlafen Ah, jetzt ist es wieder ganz. Ich muss mal kurz schauen, bei den kleinen Booten, ob da unten ein Charting-Table ist, weil da mache ich schnell Fire-Aspekt runter. Hallo. Ihr seid keine Piraten. Nein, ich kann keinen. Irgendwann nur. Die Leitern gehen nicht mehr normal rum. Mann, warte. Ey, das ist ja richtig scheiße. Wie das einfach packt? Hilfe. Boah. Junge. Hallo. Wie? Ah, hier ist ein Enchanting-Table, oder? Wow, krass. Mann. Mann. Das ist so nervig. Naja. So. Ich gehe jetzt mal so, Manuel. Ne, nicht Manus. Aha. Hilfe. Ja, er ist tot. Hier. Der. Der hier, ne? Ja, den brauche ich. Ich bin hier. Dann gehe ich hier hin. Dann gehe ich da drüben hin zu dem Schiff und dann mache ich hier den Spiegel und bin ich in Team 1. Dann gehe ich hier drunter, nehme den zu Hause Spiegel. So gut. So gut. Perfekt. So. Gold. So. Dies kann ich da rein tun. So. 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 sind 10 weil ich jetzt an hier ist hat ihn noch treiben Ich habe nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt meint. Und ich habe mir vorgenommen, äh, äh, clear glass zu machen. Es ist nämlich einfach schöneres glass, es ist dann nicht mit diesen Kratzern da. Da brauche ich auch wieder mal die Smattery. Hä? 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 Budenslab? Auch Budenslab? Ist da jetzt der Unterschied? Die Budenslab? Eigentlich gar keine, ne? So cool. Die Buden? Kannstabert? Du, 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 du. Vielen Dank.